so weiter geht's mit minecraft wo sind wir denn letztes mal stehen geblieben ich habe schon wieder keine ahnung ist ja nicht so als dass es erst gestern war wir haben hier unser schönes dachhaus angefangen dachhaus berghaus angefangen zu bauen und hier fehlt uns noch etwas holz so ist dahinten schon wieder am groß bauen und nein ich habe ob die fallen immer noch nicht installiert weil ich es einfach vergessen habe weil man halt dumm ist die droht aber ja wir werden es überleben auch ohne und ich würde vorschlagen gegeben wenn es erstmal auf die suche nach holz sag mal hier peaceful aktiviert ist hier peaceful aktiviert sah gerade so aus so haben wir noch eine axt nein wir haben keine axt haben wir eisen nein wir haben kein eisen dann schauen wir mal ob wir hier eisen die bahn können und wenn wir keine eisen die bahn können dann müssen wir halt mit einer stein axt vorlieb nehmen guten tag sehr unfreundlich die nachbarn hier da gibt es keine tür zu deinem haus die hat ja auch kein eisen hier was ist was soll denn das wo geht es in dein keller werde ich da jetzt von creeper angegriffen oder okay keine creeper alles sauber eisen perfektionente und eine werkbank ist ja auch schon da das ist so ein träumchen äh was wollte ich denn eine axt wollte ich so prächtig haben wir eisen geklaut ich hab dir hier übrigens eine tür eingebaut gell wie es wird jetzt schon wieder dunkel jetzt wo ich holz schlagen gehen will naja schlagen wir im dunkeln ein bisschen holz wir können ja auch gleich schlafen gehen wir sollten auch nicht vergessen mit zepplings ab und zu dann mal neues holz zu pflanzen ich war auf der baumschule auf der hauptschule aber unsere hauptschule war eigentlich zu vergleichen damit gehen wir schlafen oder okay wir gehen nicht schlafen okay wir gehen doch schlafen hilfe ich komme ins bett rindo in das bett gute nacht ich schulde da morgen die zeit vergeht immer so schnell und da sind noch creeper am start ne zumbinatoren ja ja sollen sie verzombiieren ne zumbinatoren ne zumbinatoren ne zumbinatoren ne zumbinatoren ne zumbinatoren ne zungs So, die hier noch mit. So, hier noch mit. So, wie ich euch kenne, ihr könnt die sicherlich beantworten. Nur ich wieder mal nicht, weil ich mich halt einfach wieder mal gar nicht damit befasst habe. Was aber für mich eigentlich völlig normal ist. So, wie viel Holz haben wir denn? Das sind 5 und 64 und das reicht dann für etwa zwei Minuten. So, wie viel Holz? So, wie viel Holz? So, für das erste sollte das mal reichen. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Noch ein Blick, was es hier in der Kiste gibt. Nix, die Stickies nehmen wir mal mit. Die Stickies kann man immer gebrauchen. Verrottenes Fleisch kommt mal weg. Blümchen, Knochen weg damit. Die Erde kann erst mal weg. Gebratenes Fleisch. Da noch mehr Frissalien. Und wieder auf auf unseren Berg zurück. Ja, eigentlich wollte ich ein paar Saplings mitnehmen, dass wir vielleicht da oben was anpflanzen können. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Welche Überraschung? Ja. 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 Untertitelung. Ja. 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 So, das, 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 das. Das, 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 das. Also, wie mache ich das hier? Brauche ich dann hier einfach weiter rüber? Wie viel haben wir hier denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, dreizehn, ne, zwölf. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, hier lasse ich eher so eine offene Terrasse und gehe dann vielleicht drückenmäßig direkt hier rüber. Das wäre doch was. Entschuldigung und Dankeschön. Und noch einer. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Okay. Okay. Ja, wie immer habe ich natürlich keine Schaufel mehr dabei, aber das kennt ihr ja auch alles schon von mir. Wie sieht denn das Birkenholz aus? Gefällt mir das? Ja, ist schon ein bisschen Übergang, kann man für nach außen nehmen, denke ich. Ja, hier sollen wir so im Außenbereich anfangen. Vielleicht mache ich auch das hier dann doch noch aus Spein, diese Treppe. Mal schauen. Irgendwie. Jetzt lassen wir sie erstmal aus Holz. Und es wird einfach schon wieder dunkel. Dafür lieben wir doch Minecraft alle. Und sie kann nicht ins Bett, das ist ja noch besser. Okay. 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 So, ein bisschen Licht angemacht. Sagt mir doch, dass ich hier das Birkenholz benutzt habe, Leute. Ihr müsst mir sowas doch sagen. Gut. Okay. Yes. ис place? 10? 10? 11? 11? 11? 10? 11. Und sie hat Diamanten gefunden. Hallo, kleiner Zombie. Ist das ein Amish-Zombie? Stirb, Amish. Wir haben Elektrizität. Oh, der hat Eisen getroppt. Oder war das so ein komischer Dorfbewohner? Ihr wisst das doch bestimmt. Sagt mir das mal, was das war. Weil ich habe keine Ahnung. Jetzt hatte ich schon wieder Diamanten gefunden. Das macht sie doch mit Absicht. Nur mich zu ärgern. Und gibt mir dann keinen ab. Das macht sie doch mit Absicht. Das macht sie doch mit Absicht. So, fürs Erste hier mal so gut soweit. Ich stürze ja noch in Abgrund. Ich sehe es kommen. Ich muss ja dann eh noch schauen, wie ich das hier verfenster oder nicht verfenster. Aber das Grundgerüst haben wir jetzt schon mal. Mache ich den Boden jetzt direkt hier rein oder eins höher? Ja, ich denke so passt das. Ich denke so passt das. Und dann können wir das doch gerne gemeinsam umsetzen. Ich denke so. 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 Also noch ein paar haben wir noch. Au. Seht ihr? Ich sage es doch, ich stürze mich noch in den Tod. Ja, aber hier kommt definitiv noch ein Wasserfall rein, künstlicher. Okay, ich werde vermutlich außen rumlaufen müssen. Okay.